Das ganze deutschsprachige Gebiet einschließen Österreich, die Schweiz, sowie deutschsprachige Alsace und Notrigen. Und der Südtirol ist nicht zu vergessen. Und wo spricht man noch Deutsch? Well, immerhin, nach zwei Wochen sind wir zurückgeflogen mit der Rufthansa und das war so gut. Ich habe so einen guten Dienst gehabt. Ich habe ein Steak gegessen und meine Frau hat einen Vegetarierenden-Dinner gegessen. Ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch sagen sollte. Aber ein Vegetarier, das ist jemand, der das Fleisch von verschiedenen Getieren nicht essen wollen. Ich glaube, das genügt sich für heute. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.